so wir gehen jetzt hier runter und hier ist nicht so viel gegner zu erwarten was geht bei dir tony ist gerade am chillen so auf wie geht's und performance ist jetzt wieder ein bisschen besser glaube ich aber ich habe ein paar sachen beendet jetzt stehen wir auch der lesen gerade nach die höhle deswegen wahrscheinlich ja manchmal ganz diese zettel kann ich einfach aufnehmen oder ja ja dann eigentlich sucht man seinen sohn irgendwie ja der ist ja jetzt müssen wir nach rechts oder so jemand zu packen wo der ist ein bisschen stark also das spiel hat eine story auch ich weiß nicht ob ich das bist die wurden so überrumpelt wir müssen jetzt herausfinden wo er ist hier bei mir ist das geld da sind koffer wir alle schon einfach weg sind ich gucke hier mich noch in ruhe um jetzt kommt ich habe katana gesammelt und ich habe katana im winter das geht top so dann hat man auch mal wenn gast da ist die katana ein gast kann ja geil gut gut das man hier alles looten kann ich liebe es so viele uhren wenn das mal das mal ein shop machen hier ist auch money für leute falls ihr geld auf alkohol das ist erst mal das wichtigste hier ich koch alkohol auf malle ich glaube ich kann kein geld mehr nehmen wasser willst du eine uhr kaufen unbenutzt original original alles original originalware alles vom laster gefallen alkohol aber ihr seht das lohnt sich immer alles vorher erstmal abzulegen in der wohnung weil sonst ja auf jeden fall ich hätte auch eigentlich mehr ablegen sollen merke ich glatt aber egal ich habe jetzt eine katana das ist gut ja die ist auch nicht weit die ist auch nicht schwer gefährlich oder sonstiges was noch hier im rucksack drin kann man den auch noch fluten zwei katanas rum wie geil ist das denn ja dann nehme ich noch ein kanister mit ich habe auch meine hast du deine auch nochmal aufgefüllt deine kettensäge anna ne die kettensäge brauche ich nochmal wie kann man die denn nach uhren das kann man mit der uhr machen ich kann keine zweite katana aufnehmen nein du kannst nur eine einzige katana wir können einen zweiten aufheben weil wir den anderen in der hütte gelassen haben ach man guck mal man kann mit einer uhr und mit einer leiterplatte oder geld links neben den tüchern anna die uhr und sind neben den stoff die rutsche hat erstmal die kettensäge am start was macht er denn wie braucht man nicht die äh die kriegt man auch nach einer höhle wie kann ich die auffüllen treibstoff ist heute hier oder innen ja benzin habe ich gerade ich habe ihn du gehst auf den treibstoff und sagst du einfach auffüllen kriegst den treibstoff an benutzen also kann ich den wenigstens nicht mehr trinken ok oh ich sehe ja aus wie pablo ja habt ihr auch kaputtes spielzeug gefunden ja siehst du wirklich wie sehe ich aus wie ein hermann das ist ein Stück von timmys spielzeug spielzeug ja 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 deswegen hast du gestern auch pablo gesagt ja sag ja genau deswegen genau können wir die kombinieren mit etwas coolem ja bombe bauen bombe ah mit einer leiterplatte ja leiterplatte uhr klebebahn habt ihr schon alles gegessen ich esse es noch das ist ja noch mega leer eilkofol die habe ich noch äh Münzen steintasche hast du noch eilkofol ach ich hab auch noch ach ich hab auch nichts ich bin blank Ja, aber das ist ja... Ich bin blank. Ah, hier steht's ja drauf. Verstanden. Geld? Was macht ihr denn? Da fehlt noch eine Münze. Hat jemand Klebeband? Klebeband? Ich hab Klebeband. Ich hab auch Klebeband. War doch vorhin im Koffer da. Wird mal eine Bombe bauen. Hast du Münzen? Ich hab Münzen, ja. Ich weiß nicht, wo meine Münzen sind. Weiß jemand, wo die Münzen sind, Anna? Neben dem Geld. Also neben den Schein. Wir sind neben den Schein. Ah, da. So. Hat jemand hier Klebeband im Schein? Münzen, Klebeband und Alkohol. Oh shit, jetzt hab ich mein Alkohol verballert. Hier, nimm mal das Fell hier. Äh, warte. Hat jemand noch für mich eine Flasche Alkohol? So, jetzt ziehst du jetzt mal in die Mitte. In die Mitte? Ach so. Dad, hast du noch Alkohol? Ja. Eine Flasche für mich? Da sieht man die... Oder kann man wieder entbauen? Ne, kann man nicht, ne? Da steht jetzt Stockbeutel. Da brauchst du jetzt noch drei Stoff und zwei Seile. Ah, genau. Drei Stoff. Ich brauch nämlich einmal Alkohol. Und... zwei Seile. Aha, dankeschön. Ah! Komm mal! Äh... Geh weg von uns! Kann ich euch anstecken? Ja klar! Nachher rennen wir alle so. Wer hat da jetzt nochmal... Ähm... Ähm... Klebeband? Kann mir jemand Münzen geben? Kleingeld? Kleingeld! Nessi, dreh dich mal um! Nessi, dreh dich mal um! Hier ist das Geld! Ah, perfekt! Danke! Hier, Viktor! Äh... Ich brauch keine Münzen! Dad! Was denn? Ich brauch sie... Was denn? Ich brauchte Alkohol! Nessi, hast du wieder ein Problem? Nessi! Nessi! Perfekt! Danke! Ich muss das rausschneiden, ne? Oder wie war das? So, ähm... Ja, wir bauen das jetzt noch hier. Wie funktioniert das? Klebeband? Alkohol? Platine? Jetzt kann ich wieder Uhren nehmen, weil... Münzen? Ach, ne Uhr! Genau! Uh, ich hab ne Bombe! Cool! Ich hab drei Stück gebaut! Ich hab auch ne Bombe! Hat jemand, äh... Klebeband? Tape? Ich hab... Ich hab Klebeband! Ich nehm nochmal jedem was mit! Ich weiß grad nicht, wie ich dir das gebe! Ähm... Die Schüssel! Du musst die Metalltablette nehmen, äh... Als kombinieren anklicken, und dann das Teil, was du vergeben willst, auch als kombinieren. Dann hast du die Mitte und dann kannst du draushalten. Ich hab keine Metallplatte. Nach oben, oder? Nach oben, wo die Stöcker sind, da musst du so ein Metalltablette haben. Bei den Steinen hab ich das. Genau, zwischen Stöcker und Steine. Äh... Ja... Und dann klickst du auf kombinieren, dann nimmst du das, was du da reinpacken willst, klickst da auch auf kombinieren. Und gehst du auf das Tor an, oder? Okay. Ein Tablett müsstest du so haben, oder nicht? Kann ich die aufnehmen hier? Doch, so ein Tablett, was hier ist, weißt du? So ein Pink... So ein... So ein Alutablett. Metalltablett, genau. Äh... Ne, ich hab da nix. Ich hab Zähne. Victor, dann bleibst du jetzt hier, das reicht mir jetzt. Keine Lust mehr. Über den Zähnen, ist da kein Metalltablett? Muss das so ein Ding haben? Ne, hab ich nicht. Hä, was? Warum hast du das nicht? So, im Flugzeug hat er das wahrscheinlich mitgenommen. Ach so. Das kann sein. Das war das erste Flugzeug. Oh, Mann. Ey, es ist nicht, dass ich das nicht mitgenommen habe. Ich bin irgendwo auf dem Weg gestorben. Ups, sorry. Das sieht einfach great. Victorio. Wie bitte? Die moderne Axt, wenn ihr die in die Mitte zieht und dann Baumharz und Zähne dazu macht, dann ist sie stärker. Ja. Und wenn ihr Baumharz und Federn dazu macht, dann ist sie schneller. Ach so. Ah, ich hab sogar Baumharz. Baumharz. Baumharz ist dieser Kackfleck unter den Klettern. Kackfleck unter den Klettern. Kackfleck unter den Klettern. Kackfleck unter den Klettern. Und auch davor kann man noch Tücher raufmachen, ne? Auf die Axt. Und, aber nicht in der Axt. Und, aber nicht in der Axt. Und jetzt sterben wir alle? So. Ähm, wir haben Vogelhäuser aufgebaut an den Häusern und da kommen Federn. Ah klar. Zähne sind unter dem Tablett. Okay, nice. Ich mach's nochmal. Also wir haben hier den Kackfleck. Äh, was war das nochmal? Die Axt. Die Axt. Boah, ich kann ne vergiftete Katana machen. Zähne. Unter dem Tablett. Ach geil, was ist das? Die macht jetzt mehr Schaden, oder was? Ja. Alter. Kann ich beliebig viele Zähne ran machen? Nee, ich glaube nicht. Das macht ziemlich viel. Also du kannst ein bisschen was dran machen, aber nicht schon endlich. Okay. Wir können auch erstmal hier rausgehen. Ja, lass uns mal raus. Ja, das. Dann machen wir das mal. Ich hab immer noch kein Klebeband. Danke, Viktor. Ich werf vielleicht die Bombe auf dich. Oha, mit dem Feuerzeug in der Hand, du siehst so crazy aus. Oh, da ist alles noch. Ah. Sorry. Ich hab ne Klebebombe. Oha. Ah, hier ist ne Taschenlampe gewesen, ne? Oh, cool. Gibt's hier was? Ja, da ist ne Taschenlampe oben. Oh. Gubel für Fasmo. Hier. Hier oder nicht? Ach da. Bei den Köpfen. Oha, geil. Ich brauch mal ein bisschen Licht. Hm, hm. Wo geht's hier nochmal raus? Ich weiß nicht. Die Lampe, die geht nicht mehr irgendwie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was wir da machen wollen. Batterien. Hast du keine Batterien? Was ist denn hier? Nein, du musst dich kombinieren. Die Batterien anklicken und dann sagen einfach ausrüsten. Dann macht er das schon. Ich kann die auch mit dem Bogen. Ja hier oder? 99 Jahre Jahre. Unbelievable. Unbelievable. Ach da. Stimmt. Das sieht gut aus. Das ist so crazy. Oh, okay. Das hab ich nicht. Mein Grüneskuchen regt mich heute so auf. Ich glaub, das muss anders wieder zurück. Ja. Ja, ich glaub, ich muss den weiter nach hinten wieder machen. Aber dann sieht mein Gesicht so fett. Hallo? Geht's noch? Geht's noch? Oh mein Gott, Mata. Du mit deinem Stream Deck, ey. Wie alle so shady lachen. Alle mit ihren tiefen Männerstimmen. Ein auf den. So, ich folg einfach mal hier. Seid ihr da? Äh, Just Yellow und Top CD? Ja. Ja, ich bin hinter euch. Okay. Jetzt hier bitte runter. Ähm, wenn ihr Shift drückt, dann könnt ihr auch schneller runter drücken, ne? Äh, könnt ihr auch schneller. Also, wenn ihr Shift. Wenn wir shiften. Wenn ihr shiftet und nach oben drückt oder jeweils nach unten drückt, dann seid ihr schnauer am Start. Am Stizzle. Kann nicht auch nach oben rutschen. Mhm. Ja. Ich hab halt irgendeinen Arsch vor mir. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich glaub, das ist meiner. Ich glaub, das ist Messi. Und ich hab den von Maddin vor mir. Sexy Arsch, Messi. Anna, weißt du das, wie das geht mit der Taschenlanke am, an dem, an dem Spitzebogen, dass man die wieder, als sie wieder leuchtet? Victor, bist du unter mir? Mit Batterien aufladen. Ach, mit Batterien. Ja, ich bin, ich hab da nen Rück... Gefällt dir der Anblick? Ich hab das jetzt als Screensaver. Oh, nicht schlecht. Hat jemand Nadegele? Nö. Ich hab Batterien. Du hast bestimmt auch Batterien. Ja. Damit müsst's gehen. Batterien? Wo sind die Batterien? Hab ich auch Batterien? Das sehen aus wie Kondome, irgendwie. Ah, ja. Okay. So was grünes. So was grünes. Ich glaub, ich hab keine. Martha, du hast keine, ähm... Schade. Nee, ich hab auch keine Batterien. Nee, ich hab auch keine Batterien. Nee, ich auch nicht. Gib dir mal eins. Ich will mal sehen, wie das ausschaut. Wartet mal. Wartet mal, wie sieht das aus, Anna? Check mal. I'm not protected. Habt ihr das noch auf dem Tablet? Ich hab auch Kondome. Nee, ich würd das gerne mal sehen. Ich würd das mal gerne sehen. Was mach ich jetzt? Ah, nee, das hab ich auch nicht. Ich nehm das mal. Ey, da sind alle. Ich hab mich einfach bedient. Wollte ich zitter. Es muss Feuermann. Das Kraft macht richtig Bock. Achtung, Gegner. Ja. Ich mach das eben zu Ende. Na ja. Unigiri. Und die. Es gibt Knochen. Oh, Shiroko. Der Knicken Jockey. Ich hab's die ganzen. Ey, das ist genau derselbe Sound, ne? Ja. So. Ihr könnt sterben, wenn ihr es geht, ne? Also geht ans Feuer. Ach so, ans Feuer? Aber die greifen uns grad an. Dann kommen die hierher vielleicht. Ja, ich verteidige euch schon. Wo sind die dann? Wo sind die dann? Hier. Warte, ich brenne und dann lauf ich auf die Zunge. Das Feuer ist auch gut. Da kannst du nämlich raufschmeißen die Dinger. Okay. Oh, sehr schön. Ab ins Feuer mit euch. Das passiert wirklich. Oh, hier ist ein Baby. Ich töte es. Wo? Ich hab's getötet. So. Alle mit Feuerzeug und Katana rumlaufen, ey. Ich bin ein Clan. Okay. Geil. Was ist unser... Burn, 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 burn. Wollen wir heute... Burn, 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 genau. Wie bitte? Wollen wir heute Story durchspielen? Wollen wir heute Story durchspielen? Story? Wollen wir heute Story durchspielen? Ja. Können wir machen. Können wir machen. Also man kann danach ja trotzdem noch bauen und sowas. Können wir ja gerne machen, ja. Why not? Uff. Okay. Ähm. Ich glaub da muss ich einen Guide dazu machen. Wie schnell ihr die Knochen weggemacht habt. Oh mein Gott. Knochen? Ja, da wird schon keine mehr. Alter. Ein Baby. Ein Baby weniger. Ja, okay. Gut. Was mach ich mit diesen Schädeln? Ja, Anna, ich beschütze dich. Ich bin hier. Dann kannst du, glaub ich, Kleidung craften. Oder Rüstung. Mit den Schädeln hier, dann kannst du Lampen bauen. Lampen, okay. Okay. Also nur für unsere Base vielleicht. Ja. Gib die Rückendeckung. Und eine Axt von den Eingeborenen, was ich nicht fast wieder gemacht hab. Ah, ja. Ist das denn, Andrea? Ja, doch, das ist Anna. Ja, Tücher kann man ja richtig viel bauen. Ja, Tücher sind wichtig. Ja, Tücher sind immer gut. Oh. Tücher und... Was war das? War jemand am... Achso, ihr wart das selber. Nichts. Kein. Wie viel hab ich denn? 104 Stoff. Mega. Verdammt. Teuer. Achso, habt ihr alle in den Einstellungen? Geht einmal in die Einstellungen rein, dann bei Gameplay und dann nachwachsende Bäume an und alle anderen drei Sachen aus. Einstellungen, Gameplay. Ja. Regeln. Das erste an und alles drei aus. Okay. PvP, bliblablub, alles aus. Achso. Die drei Sachen. Kann das nicht einfach der Host machen? Ja, weiß nicht. Wenn die Story jetzt zu spielen, müssen wir in die Anwaltshöhle und müssen die Schlüsselkarte organisieren und dann müssen wir uns noch das Kaufgerät organisieren. Okay. Und dann müssen wir in die Höhle wo die Story ist. Tana, was geht? Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach Hause und... Ja. Das war ein Baby. Habt ihr ein Baby getötet? Oh Gott. Ich höre das. Ich höre das. Ich höre das. Okay. Hier ist das Floß. Hier ist das Floß. Wir suchen noch einen. Oh Gott, hier noch etwas. Hallo? Wir suchen alle unsere Sohn. Ja, wir suchen alle unsere Sohn. der zufälligerweise auch zu mir heißt. Ach so. Vor allen Dingen alle haben den gleichen. Ich bin hier der Host. Ihr sucht alle meinen Sohn und helft mir. Oh. Davor war es Martins Sohn. Haha. Ja, genau. Okay. Vorher war es mal. Das ist ein bisschen komisch. Ich sehe gerade nicht die Motivation, mein Leben dafür zu riskieren, deinen Sohn zu finden. Ihr rüstet euch jetzt dafür aus. Fahne. 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 So, Leute, von heute. Fahne. Fahne. Oh, ich muss mal langsam etwas essen. Wenn ich pennen gehe, dann habe ich wieder mehr Energie? Ne. Dann hast du Hunger. Okay. Also nach dem Pennen musst du immer eigentlich was essen. Okay. Das macht ja auch Sinn, ne? Beschreib mich ganz gut. Oh, ich habe es gebracht. Ich glaube, das war gut, dass ich das gegessen habe. aber du kannst hier die wie gesagt die wären genau jetzt können wir erst mal wieder sachen ins haus einladen ich gucke eben noch mal ganz kurz auf hier was in unserer falle ist die sind weg doch wir sind da der dritte ist leer es entspricht aber nicht in regelung ich weiß gar nicht woher ich so viel fleisch habe aber ich hänge das mal auf kann ich irgendwo diese trophäen aufhängen die wir aufsammeln ja wie mache ich jetzt ein wasserbeutel da brauchst du zwei fälle und ein seil bringt medizin einfach heilung oder ist müssen wir das nehmen wir vergiftet sind oder so medizin beteilung wenn du ziemlich runtergeschlagen worden bist nimmst du medizin und dann fütter langsam wieder den balken auf du hast ja den blauen balken und den roten balken genau weil wenn ihr auf null ist dann stirbst du und dann kannst du von deinen gruppen wiederbelebt werden ok was macht der blaue balken der äußere quasi ach kälte mentale stärke glaube ich ist das weil du hast auch mentale stärke weil wenn du dein buch reinguckst kannst du dir auch das anzeigen lassen wie du gerade ein ding sei hier ist das deine stadt sind und ich habe jetzt die geistige stärke 99 buch ist b also das baummenü und dann gehst du auf der rechten seite auf den vierten reiter der rechner schon vierten einzelnen da sind denn die geduld ist es auch so dann kannst du sehen also ich habe jetzt sechs tage überlebt und der ganze anagramm ich dachte die kann ich gar nicht anwählen weil die so ausgeblendet waren du bist du machst dann siehst du hier findet immer oder ein lager weiter und deswegen ok ok sorry auch nicht gut leute so ich mache mal eben die fallen an alles im lot ja echt ich habe echt gedacht das wäre irgendwas das war auch so richtig großes bloß wo ist denn die andere die dritte volle hier so ich habe die fällen noch mal neu aufgestellt bevor wir schlafen gehen aber und habe noch mal ein bisschen hasenfell und ach nee das ist gar nicht an ich muss auch in die wärme wo ich muss was es trinken und essen warum ist mir jetzt kalt was entweder bist du draußen gewesen bist nass geworden oder allgemein ist es kalt dann gehst du einfach zum feuer hier hin dann tauchst du wieder auf haben wir eine wasserquelle ja hier kann man ja was verdrehen draußen sind schildkrötenpanzer umgedreht auf der veranda da sammelt sich kein wasser jetzt von drinnen wegen so also essen haben wir genug da also falls ihr kein essen habt wir haben ja auch noch essen so mir geht es gerade wieder gut was bringt es eigentlich wenn man aloe vera pflanzt aber ist es dann mehr als was man was erntet außerdem macht das spaß außerdem macht das spaß es reicht schon dann überträglich denn wie trinke ich denn ich brauche aber immer noch klebewand jetzt habe ich einen kleinen vorrat zufällig auch regnet ist eigentlich das ist doch super dann können wir unsere trinkbeutel aufbillen an wir haben keinen platz mehr wollen wir schlafen gehen oder machen wir jetzt die nacht durch hast du deinen wasserschlauch schon aufgefüllt wasserschlauch ja du kannst den wasserschlauch bauen indem du zwei hasenfälle nimmst und ein seil dann hast du einen wasserschlauch dann kannst du hier bei den schildkrötenpanzern wo sich das wasser gesammelt hat mit c wenn du den ausgerüstet hast den wasserschlauch voll machen dann kannst du mich viermal trinken über wasserschlauch kriegst du den hasenfälle nochmal hier aus musst du gucken unten sind fallen vielleicht sind sogar welche voll müssen wir wieder gucken und die fallen die sehen auch voll aus nicht anheben sondern erst mal draufschlagen aber da ist ein eichhörnchen drin ach so ok ja weil wenn du die falle anhebst dann hast du den hasen in der hand den kann er weg und dann wieder mit dem stock neu nachspannen so und so kriegt man auch fleisch und war ein hase drin da war eine echse ja ok die echte die britt leder das kannst du auch ausrüsten dann hast du auch einen rüstungsschutz da muss zum bogen nehmen okay ich brauche noch einen baumstamm wenn wir hier noch irgendwo ein baumstamm oder mit einer geht auch was macht das regelgeräusche die brauchen wir für unsere bank hat jeder ein feld ich hab jetzt noch eins ich hab's ja ok ich hab's jedenfalls vor ich hab's nicht gekriegt dann hat's dir was gekriegt hä ich kann nicht mehr craft äh was nee das wollte ich nicht so ich gucke auch mal ob ich da noch ein Reh finde zu c jetzt kann ich wahrscheinlich das hier nehmen hier hinhängen das war so richtig geil diesen aufgang zu bauen was ich komisch finde wir haben hier ein fleisch drauf das geht irgendwie nicht mehr weg das ist vergammelt oder schwarz du kannst das mit e runter nehmen sonst und wenn das verdorben ist kannst du in deinem inventar gucken auf i ob das verdorben ist okay nice ich habe noch mal eben was gebaut noch für unseren sprengstoff zum ablegen und ich habe paar baumstämme reingeholt falls wir noch irgendwas anderes kosten so das sieht doch schon mal super aus hier ist doch wie fülle ich jetzt wasser so und dann den wasserschlauch ausrüsten dann hast du in der hand dann gehst du zu den schüttenpanzern muss gucken ob da wasser drin ist und dann zeig dir den c an dann drückst du c und dann füllt er den schlauch auf die panzer sind wo die sind auf der veranda links bei uns an die seite wo bist du gerade liegt da und wenn den schlauch denn da draußen ja auf der veranda jetzt hier oben ist das wasser oben oben auf der veranda bei uns also macht euch bitte ready essen oder sowas da fällten da schon wieder bäume das ist jetzt nicht wichtig ich hab die nur von oben runter geholt ich fand das witzig wir warten doch die ganze zeit ja ich muss euch erstmal mit der map zurechtfinden wo seid ihr denn gerade in welche richtung müssen wir jetzt also das ist die frage ihr kommt jetzt einfach mal zu mir wir treffen uns da alle zu einer wo mein freuzeug aus habt ihr schon das arschloch gesehen das war es ok das riesenloch ach so ja 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 wisst ihr genau wo das ist äh ja ungefähr da müssen wir hin erstmal wovon reden wir gerade äh da gibt es ein riesenloch wo man rein muss also äh anna hast du dein wasser aufgefüllt weil es hat in der nacht geregnet ja ok gut der bärenbeutel ich muss mal gucken ob ich noch bären ernten kann wieso ok sind wir alle schon da oh so witzig aus ich habe noch mal ein paar bären mitgenommen ok ich komme jetzt zu euch wo auch immer ihr seid was ist denn diese grüne leiste ganz links bei uns und rechts die werden nicht bei mir angezeigt hä ich habe keine grüne leiste bei mir habe ich unten unten gerade einen so einen balken grün gefüllt fast ach du bist unter wasser getaucht das ist denn wahrscheinlich der luftball wieso ist das aber mittig eigentlich ist er blau der ist mittig aber auch hä ich spiele ein anderes spiel anscheinend genau und schaltet das hängt noch hinterher ja aber alles gut geht ruhig schon braucht nicht auf mich warten hier kommen viele von den jungs vorbei ja okay sehe ich gerade oder schon einer zwei sind zwei drei ja die kommen wir mal als vierer rudel egal geht weiter leute ist egal geht weiter ich gehe schon mal langsam vorwärts erst mal richtig bin richtig das ist richtig weil ich sehe meine unsere hütte und das ist der auf dem herrsch weg hinter dir hinter dir hinter dir die stelle ist ja ja wir sind richtig koffer kaputt links kommt noch einer mit doch passen ich treff die gar nicht guten stoff halten sie bitte halberstand von mir einfach weg und sterben die nicht mann lauf lauf einfach kommt ja das sind ihre hauptroute weil da kommen sonst noch mehr oh shit oh shit ich bin gleich down oh shit okay hier auch müssen wir euch jetzt wiederbeleben kommt jetzt ich habe keine rote energie ich bin da im wahren sie müssen jetzt gegenseitig ja soll ich weg dem holen dann ja dann ich gekriegt nichts drücken nicht drücken na also wir leben dich wieder ich weiß nicht warum nämlich kann ich angreifen ja macht kommt schon ja okay aber hat geklappt so kommt kommt einfach nur wieder vollen magen haben deswegen hier ist auf jeden fall sind koffer leute nimmt euch ich habe medizin ich habe genug noch ich habe noch viel stück sonst was ist das klamotten ja alles mitnehmen was du mitnehmen kannst ja und dann hinter anna und topseite sonne scheint so hässlich wie so grell das wird gleich dunkel ja ich habe gedacht ich nehme den noch mal wenn wir schon warten dann nehmen wir die noch mit kommt ihr willkommen stecker können wir auch noch geboren hier ist das kleine loch das kleine loch ach das ja ja da müssen wir rein weiter noch nicht noch nicht da gibt es nur eingang das gelbe haus ist ein strand das war unsere erste starthütte deswegen ist das immer der einheitspunkt wie ich denn zu zum loch vorbeikommen das ist da wo die container sind circa ja genau da müssen wir hin ok alter das ist dieser krater den jemanden ja kann man natürlich auch gerade nennen ja kleines loch hier ist ein dorf an rechts waren wir zu dem dorf noch vorher ich glaube wir wollen jetzt mal die story machen ja stimmt ok ja das ist noch nicht die story die wollen nicht weiter rein hier ist ein koffer ok die holen wir uns jetzt bei mir da unten laufen welche hier ist meine single player ich hätte gerne so eine sitzemotion wie in animal crossing naja man hatten alle eine andere absturz stelle bestes update ich weiß nicht wie viel gibt es da hast du deine ahnung die absturz stelle es gibt mehrere aber wie viel genau weiß ich nicht ok aber wir sind auch in der nähe von unserem see ne ja ich bin so los beim jagen ey nochmal schildkröten mit ja das wäre echt nice genau schildkröten hab ich auch gerade gedacht hier sind auf jeden fall keine na mata alles klar bei dir bei mir läuft es oh so puste so halb ne ich glaube die aber wieder so lang gesneakt ja aua 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 ein felsinn lang eigentlich easy going hier an dem strand hat polieren natürlich auch immer gerne welche langen ok kann man die ausdauer auch noch verbessern ne doch mit gesundheitsmix kannst du kurz schlucken dann kannst du wieder hoch pushen achso ja aber das geht nicht besser ja besser nicht aber kurzzeitig mal wieder schnell aufgepusht ist auch ein schöner strand schön nordisch doch kleine steine immer mal am strand zum ja cool ach hier gibt es einen eingang superb bist du ja ich du 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 du